Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und es geht... Hallo? Es geht immer noch weiter mit dem Default Texture Pack von Minecraft, dem Standard Texturen Paket. Einfach weil ich bis jetzt noch kein Texturen Paket gefunden habe. Und meine Kraft ist zwar ein sehr sehr schönes Texturen Paket, wie ich finde, auch mit eines der schönsten überhaupt. Aber da fehlen ja leider so viele Texturen, was ich nicht so schön finde. Haben wir das ja eigentlich schon gemacht. Ja, das haben wir schon gemacht. Moment, ich muss ja irgendwas in die Gabi einstellen. Und ich rede sehr schnell. Tut mir leid. Off. Okay. Unterbau. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen wollte. Schlafen gehen kann ich nicht. Mensch. So. Unser Horst-Pferd hat ja... Ach, guck mal. Unser Strauß ist schon erwachsen. Rosi. Ist schon groß, hä? Du? Ja. Sehr gesprächig. Oh. Hups. Und du? Redest du? Oh, jetzt... Oh, jetzt sitze ich drauf. Entschuldigung. Nein, das wollte ich nicht. Wir sollten hier vielleicht mal überlegen, dass wir da ein Tor einbauen. Ja, Kollege. Du bist hier am falschen Platz. Ja. Glaub mir. Naja. Mach dir nichts draus. Ist schön hier. Kannst ruhig hierbleiben. Und du auch. Da. Da ist auch sehr schön. Doch, doch. Ist schon sehr schön da. Oh man, die Fischer sind voll die Eierköpfe. So. Das räumen wir hier nochmal alles weg. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ach ja. Jetzt habe ich eine Idee, was ich machen kann. Ich habe ja erfolgreich im Nähte abgesahnt. So. Ohne das Pferd zu verletzen. Das musst du mal hinkriegen hier. So. Zack, zack. Okay. Im Nähte abgesahnt. Und da hatte ich ja sowieso mal was vor. Ich muss mal gucken, ob ich das alles schon weggeräumt habe. Wenn ja, ist es ein Problem. Müssen wir das nochmal zusammensuchen. Nein, habe ich nicht weggeräumt. Wunderbar. Dann muss ich jetzt noch gucken, wo die Enderperle ist. Das Enderauge. Ah, hier haben wir auch schon Magma Creme. Ah ja, hier ist es nicht drin. Definitiv nicht. So. Und hier haben wir ein Buch. Okay. Haben wir sonst noch irgendetwas Interessantes? Nein? Nein? Nein. Okay. Nicht das, was ich suche. Wo ist denn eigentlich die Enderperle? Die habe ich doch. Irgendwo habe ich hier eine Enderperle gesehen. Ich habe nur leider keine Ahnung mehr, wo. Ah, da. Wusste ich doch. So. Geht das auch so? Enderperle, Enderperle. Jetzt sagt mich, das ist das Falsche. Wenn das jetzt das Falsche ist, ne? Dann... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sieht ganz danach aus. Hallo? Okay, das ist irgendwie falsch. Hm. Hallo? Ach, das geht irgendwie nicht mehr. Wir müssen alles hier per Hand einsammeln. Ey. Hm. Irgendwie geht das nicht mit der Magma Creme. Vielleicht brauche ich dieses andere Zeug dafür, wovon ich nicht weiß, wie es heißt. Und wovon ich nicht weiß, wie ich es kriege. Praktisch, praktisch. So muss das sein. Hm. Voll die Audiofehler hier. Was ist denn das? Hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, wieso das da ist. Aber schön ist es hier trotz alledem. Alle Male. Alter, was ist das? Ist ja Transformers hier. Hallo? Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja, großen Hunger. Auf jede Menge Möhren. Und Leder. Also das Leder esse ich jetzt nicht, ne? Aber mitnehmen tue ich es. So, was haben wir oben? Wow, was ist das? Alter, alter. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Hier ist doch jemand. Hallo? Was ist denn das für ein Zwerg? Alter, was macht der denn da? Was war das? Sind die Monster überhaupt an? Ja, auf einfach. Aber auf einfach könnt ihr doch gar nicht an die Tür klopfen. Sehr merkwürdig. Dubios, dubios. Was war das für ein Zwerg? Warum war der so klein? So winzig klein. Ich glaube, wir gehen lieber erstmal eine Runde schlafen. Bevor noch mehr dubiose Dinge geschehen. Oh. Ich wollte jetzt nichts schreiben. So, noch mehr Audiofehler. Wunderbar. Ich befürchte, die hört man hinterher in der Aufnahme. Aber hier sieht es trotz alledem genauso schön aus. Auch mit dem Texturenpaket. Wie immer eine Kraft. Dank den schönen Shadon. Oder dank der schönen Shader. Ich habe einen Enderman gehört. Den können wir gut gebrauchen. Aber tagsüber hauen die sowieso wieder ab. Ach, da oben. Kollege, kommst du mal runter? Ne, ja. Der kommt nicht zu uns. So, Haier haben wir auch. Aber die wollen wir nicht. Super. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Zeug macht. Das ist, glaube ich, nicht die Magma-Creme. Sondern das andere. Das haben wir ja. Sondern das andere. Das sieht so ähnlich aus. Nur, ach, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wir gucken nochmal, ob man das im Neter kriegt. Keine Ahnung. Und wieso. Wird schon was passen, ne? Boah, ist was hell hier. Oh. Tschö, ich bin weg. So, hier ist auch Schatten. Ja, nee, ist klar. Was ist das denn? Kann man das abschießen? Ja. Ach, das ist ein Magma-Würfel. Dem ist aber merkwürdig. Oh. Hau ab. Sehr dunkel hier. Warte, warte, warte. Grafikeinstellung. Düster, hell. Zack, zack, zack. Das hat jetzt unwahrscheinlich viel gebracht. Grafikeinstellung. Dunkel. Shader none. Zack, zack, zack. Ach ja, ich muss ja trotzdem hell machen. Bin ich doof. Wunderbar. Jetzt sehen wir wieder mehr. Ja, wir gehen mal, glaube ich, runter zu dem Typen da, der, glaube ich, gleich in die Lava fällt. Hallo, komm mal her, komm mal her, du. Ja, komm mal her, ich hab was. Guck mal, hier. Oh, jetzt ist er tot. Entschuldigung. Oh nein, ich kann den Schettin-Panzer nicht mitnehmen. Genau den wollte ich haben. Für ein weiteres Vorhaben, das ich vorhabe. Klingt logisch. Ah, zweimal Kohle. Oder? Ja, warte. Kollege, verschwinde. Danke. Du auch, da oben. Ja, weg mit dir. Oh. Okay, die scheinen sehr durchhaltend. Auf jeden Fall halten die eine Menge aus. So, wir platzieren uns hier einfach mal eine Schaufel, äh, Schaufel, eine Kiste und packen da den ganzen Kram rein, den wir nicht brauchen. Den Bogen sollten wir vielleicht mal austauschen. Und beeilen, okay, da, irgendwo ist einer. Komm her. Du da oben auch. Na, da, da, da. So. Platt gemacht. Du auch. Du auch. Ihr alle. Kommt alle her. Nein, okay, doch nicht. Geht weg, geht weg. Geht weg, geht weg. So, noch mehr Magma-Creme. So, von diesem Blaze kriegt man ja Blaze Rod. Das ist ja hier diese Lohenroute. Genau, von der Lohenroute kriegt man eine Lohenroute. Oh mein Gott, das macht das Schwert nicht mehr lange mit. Wir sollten abhauen. Von den Kollegen kriegt man, wenn man Glück hat, ein Goldschwert. Aber die sollte man nicht angreifen, sonst kommen die alle an. Wir sind nicht gerade freundlich, die Herren. Oh, da ist ja noch ein Schittin von... Ne, das ist Kohle. Ja, komm her mit der Kohle. So, jetzt sollten wir nicht geschubst werden. Ja, hat jetzt super viel gebracht, in die Richtung zu gehen. Ich glaube, wir gehen mal hier oben wieder lang. So wie immer. Ah, ätzend. So, und rein hier. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ach, Kollege. Schön hier, hä? Wunderschön. Ja, finden die Kollegen auch schön hier. Fraglich, warum die nur kommen, wenn die Monster eingeschaltet sind. Zumal die Typen einem ja nichts tun, solange man die nicht angreift. Ah. Hä? Da ist noch so ein Zwerg. Warum sind die auf einmal so klein? Warum gibt es die jetzt im Kleinen? Ist das neu mit der 1.6 oder wie? Habe ich da was verpasst? Oh, ich wollte den schon fast angreifen. Na ja, egal. Da gibt es jetzt kleine Ausgaben von. Ist ja ganz witzig. Der Zwerg. Mit seinem Diamantschwert. Alter Schwede. Witzig zu beobachten. Oh, oh. Peller. Komm her. So, tschüssi. Tschö. So, klettern wir mal hier rum. In der Hoffnung nicht zu sterben. Das Schwert sieht halbwegs in Ordnung aus. Aber den sollte ich platt machen. So, der Tore ist schon mal raus. Das kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Dann kann ich mit diesen... Oh. Egal, einfach weglaufen. Egal, wir brauchen das alles nicht. Die sind nämlich böse. Ach, ich wollte ihn schon fast angreifen. Ich habe keine Pfeile. Ich habe keine... Oh, ich habe die Pfeile weggetan. Bin ich doof. Super. In die Kiste. Mhm. Das war schlau. Das war das Schlauste, was ich je getan habe. Hauptsache, ich tausche den Bogen aus. Und nehme dann neue... Äh, äh, Dings. Nimm den neuen Bogen. Aber lass die Pfeile da. Ja, so viel Intelligenz steckt in mir. Hätte ich vorher drüber nachdenken müssen. So, dafür nehmen wir erstmal das hier mit. Level 33. Wir sollten unsere Level mal ausgeben irgendwann. Ja, dieser Durchgang hat jetzt... Hat jetzt sehr viel gebracht, hier durchzugehen. Wow. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt. So, hier waren wir auch schon eine Milliarde Mal. Gefühlt. Und es hat uns nichts gebracht. Das ist neu. Das Feuer. Oha, wenn jetzt ein Garst kommt, da können wir uns nicht verteidigen. Aber gegen so einen Spacko hier. Komm her. Aua. Komm, 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 komm. Ho, 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 ho. Ja, ein paar XP, aber leider kein Schittin-Panzer, den ich eigentlich auch gebrauchen könnte. So, hier geht's nirgends wo rum. Spitze-Mäßig. Gut, muss ich nachgucken. Ich mach mal eben Waypoints. Ich mach mal eben Waypoints. Net-A-Portal. Ach, der war on. Dann lass ich den on. Weg, weg, exit. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Bringt ja nix, wenn wir hier einfach total ziellos rumlaufen. Ein Zielbräuchchen war ja schon. Ich guck dann mal nach. Später. Was das für ein Ding ist, was ich da brauche. Wie das heißt und wie ich das kriege. Oder machen kann. Und den da mal schauen. Dann hab ich was Spezielles, Besonderes vor. Das ich schon sehr, sehr lange machen wollte, aber nie dazu gekommen bin, das zu machen. So, dem hier hau ich auch mal einen rein. Und der... Oh, Schittin-Panzer. Der Rest haut mir einen rein. Nein, 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 nein. Das Problem ist, dass das hier so viele sind. Alter. Eine ganze Armee. Übertreibt's mal nicht hier. Das ist ein bisschen zu viel hier. Das arme Schwert. Aha. Okay, das ist jetzt ein bisschen hektisch hier alles. Ei, 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 ei. XP einsammeln. Schnell, schnell, schnell. Einfach durch, einfach durch. Hey, funktioniert das sogar. Boah, die XP sind aber ganz schön weit geflogen. So, einfach weg. Weg, 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 weg. Oh, 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 da sind ja noch mehr XP. Die nehmen wir mit. Und wir sollten was futtern, was futtern. Okay, noch mehr futtern. Okay, noch mehr futtern. Noch mehr. Jetzt aber Schluss. Verdammt, ich hab nicht mehr viele Möhren. Und ich weiß nicht, ob ich noch welche in der Kiste habe, weil ein paar wollte ich ja hinterher noch anbauen. Das wäre ganz praktisch, wenn ich da noch welche hätte. So, raus, raus, raus. Und jetzt hier her schluffen. Also, wir nehmen wieder mit. Zack, 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 zack. Einfach alles mitnehmen. So, das Schwert lassen wir hier. Ach, man kann die... Oh. Immer nur einzeln nehmen. Ich hab also nur zwei... Ach, das ist ein Sting. Aber was ist denn mit dem Schittin-Panzer? Das ist ein Schittin. Oh. Dann lass ich den Sting hier. Oh. Ansonsten nehm ich hier alles mit. Das Schwert kann ich auch hier lassen. Dann haben wir hier wenigstens eine Kiste stehen mit ein bisschen Kram drin. Den wir vermutlich nie brauchen werden. Hör, wann machst du denn hier? Du gehörst da rein, Kollege. Unverschämt. Den hier. Ja, komm, mach ein bisschen schneller hier. Zurück zum Schmiel. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. So. Ach, ist das schön draußen. So, wir können jetzt eigentlich nur eine Runde schlafen gehen. Weil wir machen erstmal hier die Tür zu. Au. Wow. Das ist aber ganz schön voll hier. Alter Schwede, wir haben viel zu viel Zeug. Ein paar Sättel. Aber die Diamanten sind schon weg. Das ist gut. Naja, wir gehen eine Runde schlafen. Dann beende ich die Folge. Dann gucke ich nach, wie ich an das Zeug komme, was ich brauche. Wie bereits gesagt. Und gucke ich, was wir in der nächsten Folge noch alles machen. Jetzt haben wir ein bisschen im Neta gekämpft. Und dann gucke ich auch Texturenpaket mäßig, ob ich da noch was finde. Ansonsten war es das jetzt von der Folge. Und in der nächsten Folge machen wir ganz spannende Sachen. Hoffe ich zumindest. Dass das endlich klappt, was ich machen wollte. Noch ein Fisch. Hey, können wir jetzt irgendwann einen Ort zu vertenen. Beziehungsweise eine Katze. So, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr dann in der nächsten Folge auch wieder einschalten tut. Bis dahin. Tschüssi Kotzki. Tschüssi Kotzki.